In Wels setzt FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Kritik gegen andere Parteien scharf fort und verwendet dabei Ausdrücke wie politischer Swinger-Club und Bündnis der Volksverräter. Werner Kogler bezeichnet Kickl daraufhin als Fahnenträger im Wind. Kogler reagiert auf die Vorwürfe Kickls mit starken Worten auf der Plattform X und beschreibt dessen Rede als hetzerisches Gepläre. Er warnt vor den Folgen einer Politik, wie sie Kickl und seine Anhänger anstreben und zieht Parallelen zu Ungarn, wo er sozialen, demokratischen und wirtschaftlichen Niedergang beobachtet. Kogler kritisiert, dass durch solche Politik die Freiheit der Menschen eingeschränkt werde und erwähnt, dass dies Putin zugute kommen würde. Zum Abschluss ruft er zur Teilnahme an einem Lichtermeer zur Verteidigung unserer Demokratie am 25. Februar auf, um ein Zeichen zu setzen.